ja moin ich bin gerade auf dem weg zum bäcker eigentlich und ja jetzt hier werden gerade die schafe umgesiedelt wohl auf ihre neue weide jetzt steht hier der ganze verkehr aber guck mal die sind ja auch hier treiben die einfach so über die hauptverkehrsstraße oder und da passt schön auf aber wie schön er das macht hier jetzt war ein bisschen abgerockt aus jeder hund aber aufpassen sie nicht auf die autoläufe so das Ende Ende Melinda